ja da war ich doch da ist bestimmt was ich bin dann wieder hoch da muss sicher irgendwo sein bei dir ach gucke ich wüsste wo ich hin muss auf jeden fall bin ich auch draußen ach gucke mal ich weiß nicht wir müssen hier hoch ich wüsste also ich habe vorstelle da oben hier wieder das ganze abgebaut zeug ist aber interessant ja ist es so die dungeon expedition null tausend und kunde ist ein geisterfang alter ich habe gerade ein hund ich auch also ich bin bei der küste ja was soll man denn eigentlich abladen der leute ich bin die gesamte einheitlich dieser wird als erheblich wo wirst du die 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 um 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 also ich habe angst ich bin tot ist die falsche Richtung gegangen das kommt zu mir ja besser als zu mir tschüss ist es tot nee es ist weggeschwommen nehmen wir das die Knochen die zwei Knochen wollen wir das hier hier lassen ja klar kannst du die Knochen minder nehmen nee achso doch ja kriege ich auch was zu essen was ist denn so bei dir was ist denn zwei ahoy wuhuuu danke dass achso weil ich voll war darfst aber näher trinken ja ja wenn ich hochkommen würde immer so mittendrin so mitten ja genau auch alter weil diese scheiß dinge jetzt hier ich hole dich da ein ich mach das speed speedless dinge Ich will endlich mal wie... Alter, warum geht das denn so schnell? Na, wenn man dort auf der Ritze ist... Warum? Nein! Dann geht das irgendwie schnell. Geliebtes Land. Das war es eigentlich noch gar nicht. Ja. Ach, eigentlich sind wir weg. Hier sammeln wir mal ein. Die ganzen einsammeln. Irgendwie damit. Kann ich nicht mehr rein? In... hast du... Na, werf irgendwas ab und nimm das andere auf. Kann ich abwerfen. Natürlich hast du irgendwas Sinnloses. Müss ich halt... Oder gib mir die Knöpfe oder... Ja, du kriegst den Stock. Ja, geh und jetzt... Ja, bitteschön. Mach doch was du willst. Es geht mir im Arsch vorbei. Wo bist denn du eigentlich hin? Du bist feinig. Kein Plan. Ja, hier ist das doch doof. Ja, und das war jetzt eigentlich eine kleine Technik-Fair. Ja. Alter, ich lecke. Du... Was leckst du? Wirst du wissen, ne? Oh, ich freue mich endlich mal wieder das Haus zu sehen. Und dann würde ich ohne mich gleich mal die Mauer bauen. Ja. Also erstmal... Ja, doch. Anfangen... Wir brauchen unbedingt mal wieder Rüstungen dann. Krass. Und ähm... Die Aufnahme... Es... Es tut mir leid, es ist mein Fehler, dass jetzt dort oben so ein scheiß Rand ist. Halt den Rand, Kevin. Ach. Also Kevin sitzt hier und hält ihn... Nein, hält ihn nicht. Hält ihn nicht. Ne, ähm... Es ist mein Fehler nicht, dass wir jetzt den Tobi beschüttet. Der mag das nicht. Geliebtes Heim. Hm. Nein. Die Kiste hier ist auch voll, ne? Ja, Schmelz erstmal auf jeden Fall. Ah, mit dem Schmelzkammer? Ne, ich wollte nur so ein Schmelz... Ja, so ein... Genau. So ein Zimmer, so... Mhm, ja. Was ist bekannt? Keine Schmelze. Hab ich gar keine Ahnung. Mach doch hier. 20. 20 Eisen nur? Ne. Ja, leider. Wo... Hab ich hier ein... Du hattest... Du hattest... Du müsstest eigentlich nur so... Spitz... Ja... Spitzackel. 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 Also wie soll denn erstmal die Mauer aussehen... Soll es eine richtige Mauer sein, oder... Wie immer. Na ich mache das schon... Ne, die kommen... Die Zuschauer wollen erst mal wissen, wie es aussehen soll. ich habe so viele ich habe so viele pläne ich will so in den ofen keller bauter will ich nur eine scheune bauen ich würde eigentlich gleich mit der scheude anfang schön über uns oder was soll erst mal hier und wie soll die mauer die soll die richtig den block vom haus sein oder erst ein bisschen so dass die bäume vielleicht noch drinnen sind ja klar doch erst vom haus so zu haben sie mir ohne wir können es uns schon leise ernten unbedingt ernten das machen ich habe sogar noch was für dich die mann fällt uns irgendwie ja so tief war man schon noch nicht aber wir haben immerhin redstone schon gefunden das finde ich erstaunlich gut nicht nur stimmt habe ich auch nie noch etwas weibvolles Eisen hier Eisentüren Eisentüren die kann man ja auch vielleicht mehr mit ins haus bauen ins haus vielleicht vielleicht hier zum schuppen kindladen oder hier alles ich höre ich will wissen was ich machen könnte ich könnte für die mauer an der mauer könnte ich so ein bord tor könnte ich bauen naja sowas halt ne wo man so von hinten oder von vorn dann auch ne wo überhaupt nicht so so ruhig dass es geht mit redstone dann kannst du so die eiseln da kannst du hoch und runter fahren lassen hm du bist lustig lustig hast du noch holz ja ich sammle hier das ganze zeug näher das ganze zeug mach es hier rein ich schaff es runter sammle hier so viel Eisentüren ich schaff noch was für dich aufs Feld ne die ist voll also wenn du noch etwas passendes hast geht es aber ähm ich brauch holz oder hast du noch eine truhe wieso na klar ja ja ruhig bei dir fehlt hier ein stück hä es fehlt hier ein stück holz ein stück baumstamm da haben wir eben mal den kürbis reingemacht ach so aber sah er dann doch nicht hinaus stimmt stimmt schon was du hier laberst hm zum glück hab ich noch einen eichenholz ja er hat noch nein also das ist irgendwie übel scheiße immer mit dem hinsetzen kann man sich gar nicht sagen kann man sich gar nicht sagen die orangene die orang oh orangene wolle nein Tobi ich kann es gleich abhören Tobi ich kann es gleich abhören jetzt äh jetzt äh jetzt jetzt geht es jetzt geht es also ich meine die ganzen Bäume und so können oben in die rein jetzt würdest du mal kurz weg gehen können wir nicht ernten können wir nicht ernten ich habe sogar noch Weizen ach doch können wir doch alles gut ich habe sogar noch Weizen das Essen rein ja nein 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 ja so Gemüse halt nee nee du kannst ja das Essen alles rein machen oder also jetzt das Ding ja mach einfach das ist so Lebensmittel das ist das habe ich jetzt nicht mehr oh heutzutage das ist die Kühlbox Kühlschrank ist das außerhalb ja ja naja ich hab doch gar ey komm wir gehen jetzt mal schlafen ach hier der letzte Türsperrhang hier weit offen ich war doch gar nicht als hätte so ach so dann lass dich da halt offen ach wie schön das einfach nur ist hier ah einfach mal wieder hoch gehen ich finde ja den Raum finde ich ja übelst cool unsere coole Mona Lisa die auch in den Klam in den Kommentaren sehr bekannt ist die ist im Laufree selbst ausgestellt wundervoll Kevin wir müssen jetzt mal was besprechen ich komme so geht das einfach nicht weiter und zum Abschluss der Folge besprechen wir noch was so und dann tschau 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 tschau